Moin Leute und herzlich willkommen bei Nilsson1489. In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr die Treiber eures Systems immer up to date haltet. Das Updaten der Treiber des eigenen Systems ist wohl eins der wichtigsten Themen, die ihr angehen solltet, wenn ihr die konkrete Leistung aus eurem System ziehen wollt, beziehungsweise wenn ihr wollt, dass die Komponenten auch so arbeiten, wie ihr es erwartet. Doch viele wissen entweder gar nicht, dass man Treiber updaten muss, denn sie bekommen ein fertiges System und nutzen das einfach, oder aber sie schrecken davor zurück, die Treiber zu updaten, weil sie nicht wissen, wie. Und damit ihr wisst, dass ihr das müsst und wie ihr das machen könnt, gehen wir einmal gemeinsam beispielhaft durch. Damit man überhaupt anfangen kann, die Treiber zu updaten, sollte man erstmal wissen, welche Hardware man verbaut hat. Das heißt, bei Desktop-PCs zum Beispiel, welches Mainboard nutzt ihr und welche Grafikkarte nutzt ihr. Dort braucht ihr die genauen Modellbezeichnungen. Und wenn ihr einen Laptop benutzt zum Beispiel, dann solltet ihr die Modellbezeichnung des Laptops wissen. Was ihr dann macht, ist, dass ihr diese Modellbezeichnung bei Google in der Suchmaschine eingebt. Wir machen das mal beispielhaft an meinem Mainboard. Das ist ein Asus ROG Strix Z390F Gaming. Das wird hier auch schon vorgestellt. Ich klicke einmal drauf und dann bekommt ihr eine Trefferliste. Und in dieser Trefferliste sind natürlich sehr viele Links, vor allem auch Links von Händlern, die das Ganze verkaufen. Und die sind für uns uninteressant. Interessant ist für uns der Link zu der Herstellerseite, in diesem Fall Asus. Das seht ihr an dem Link unter diesem Treffer. Das heißt, wir gehen jetzt auf den Asus Link und kommen dann auf die Detailseite des Mainboards, was ich hier nutze. Und auf so einer Detailseite werden alle Details zu dem jeweiligen Mainboard, beziehungsweise zu dem Laptop angezeigt. Und was ihr dort suchen müsst, ist nun ein Reiter Service und Support oder aber Support oder Treiber. Je nachdem, welcher Hersteller das ist, sind die Webseiten ein wenig unterschiedlich aufgebaut. Ihr findet das aber immer auf diesen Detailseiten. Wenn ihr dann auf diese Unterseite geht für Service Support oder Support oder Treiber, dann kommt ihr an sich auch schon in die Ansicht für die Treiber. Bei Asus zum Beispiel muss man dann noch auf den Reiter Treiber und Hilfsprogramme wechseln. Und bei Treiber Hilfsprogramme müssen wir dann noch unser Betriebssystem auswählen. In unserem Fall ist das Windows 10 64 Bit. Haben wir das Ganze ausgewählt, werden uns schon jede Menge Treiber ausgespuckt. Die wir herunterladen können. Doch welche Treiber brauche ich davon? Was ihr auf jeden Fall nicht braucht oder was halt ein eigenes Video eigentlich ist, ist das BIOS. Denn das BIOS ist an sich das Betriebssystem für euer Mainboard. Um das jetzt mal ganz grob zu sagen. Das solltet ihr, wenn autark, updaten und nicht in dem Prozess, wo ihr die Treiber updatet. Dazu hatte ich schon mal ein Video gemacht, habe ich euch oben rechts in der Infobox verlinkt. Welche Treiber soll ich denn nun herunterladen? Was ihr auf jeden Fall herunterladen solltet, ist VGA, wenn es angeboten wird. Das ist zum Beispiel für integrierte Grafikchips. Dann solltet ihr die Audio-Treiber herunterladen. LAN ist für die Netzwerkschnittstelle des Mainboards bzw. Laptops. Solltet ihr auch herunterladen. Utilities braucht ihr nicht. Das sind einfach Zusatzprogramme, die, wenn ihr sie gar nicht benötigt oder benutzt, einfach nur Speicherplatz und Ressourcen fressen. Also einfach erstmal weglassen. Dann kommen wir zu Chipset. Und Chipset sind die Chipsatz-Treiber und die sind sehr, sehr wichtig. Denn ohne neue Chipsatz-Treiber läuft euer System einfach um Welten langsamer bzw. vielleicht auch einfach instabiler, weil dort einfach noch Performance-Probleme in den alten Treibern sind. Heißt Chipsatz-Treiber unbedingt immer updaten. Dann kommen wir noch zu den S-Ata-Treibern. Und die sind wichtig, damit euer System auch richtig auf eure S-Ata-Geräte zugreifen kann. Das sind zum Beispiel Laufwerke, Festplatten, SSDs. All diese Geräte, die per S-Ata auf eurem Mainboard verbunden sind. Und ja, wollt ihr die volle Performance aus zum Beispiel euren SSDs, die ihr euch extra gekauft habt, ziehen, dann solltet ihr definitiv die S-Ata-Treiber updaten. Habt ihr alle Treiber heruntergeladen von der Website, dann geht es auch schon ans Installieren. Und damit ihr da nicht alleine durch müsst, zeige ich euch das Ganze natürlich beispielhaft einmal an einem Treiber. Und zwar habe ich nun einmal den Chipsatz-Treiber für mein Mainboard heruntergeladen. Ihr erhaltet die Treiber meistens in einem ZIP- bzw. RA-Archiv. Und diese Archive müsst ihr erstmal entpacken. Ich empfehle euch dafür WinRAR. Das ist ein Tool, das habe ich euch einmal unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und wenn ihr das installiert habt, dann braucht ihr nur Rechtsklick auf dieses ZIP- oder RA-Archiv machen. Und dann könnt ihr sagen, entpacken, nach. Dann wird das Ganze in den Ordner mit dem gleichen Namen des Archivs entpackt. Und wenn ihr in diesen Ordner wechselt, dann findet ihr alle entpackten Dateien. Und dort solltet ihr dann einmal suchen. Es gibt meistens eine ASUS-Setup oder es gibt eine Setup-Exa. Also ihr müsst nach einer .exe-Datei suchen mit Setup. Und diese führt ihr dann aus. Und dadurch wird dann die Treiber-Installation gestartet. Das Ganze müsst ihr dann natürlich auch bejahen. Und dann geht es auch schon in die Treiber-Installation. In diesem Fall zum Beispiel wird mir jetzt gesagt, alles klar, Intel-Management-Engine. Die wollen wir auf jeden Fall mal updaten. Dann sagen wir Lizenzvertrag zustimmen. Okay. Und dann wird der jeweilige Treiber geupdatet. Und ihr habt das von Treiber zu Treiber, dass es eigentlich immer der gleiche Schritt ist. Ihr müsst dieses ZIP-Archiv entpacken. Ihr müsst nach einer Setup-Exe suchen. Führt die aus. Und dann wird der Treiber aktualisiert. Und danach habt ihr den neuesten Treiber. Ganz wichtig ist, dass ihr, nachdem ihr alle Treiber geupdatet habt, dann den PC neu startet, damit auch alles wirklich sauber läuft. Was ihr nicht über die Herstellerseite eures Mainboards bekommt, ist der Treiber für eure Grafikkarte. Also nicht für die integrierte Grafikeinheit auf der CPU, sondern für eine dedizierte Grafikkarte. Und dort nutzt ihr entweder eine Nvidia-Grafikkarte oder eine AMD-Grafikkarte. Und hier ist es egal, ob die von Zotac, von MSI, von Gigabyte oder, oder, oder ist. Hier ist es interessant, ob es eine Nvidia- oder eine AMD-Grafikkarte ist. Und je nachdem, was für eine ihr habt, geht ihr auf die Nvidia-Website oder ihr geht auf die AMD-Website. Und auf beiden Websites findet ihr jeweils die Möglichkeit, Treiber herunterzuladen. Machen wir das zum Beispiel mal für eine Nvidia-Grafikkarte. Also gehen wir auf Treiber und sagen GeForce Treiber. Treiber ist auch gut. Und dort habt ihr dann die Möglichkeit, durch so ein Klick-System zu gehen. Nämlich erstmal Produkttyp. Es ist eine GeForce, eine Titan, eine Quattro-Karte. Danach müsst ihr die Serie auswählen. Zum Beispiel habt ihr eine RTX 2060. Dann geht ihr auf GeForce RTX 20 Series Desktop. Also ohne in Klammern Notebook. Wenn ihr einen Laptop habt, dann wählt ihr natürlich Notebooks aus. Dann wählt ihr die Produktfamilie aus. In diesem Fall ist das zum Beispiel GeForce RTX 2060. Dann das Betriebssystem. Dann den Treiber-Typ. Entweder Standard oder DCH. Dann den Download-Typ. Und dann die Sprache. Dann klickt ihr auf Suchen. Und schon bekommt ihr euren Treiber angezeigt. Den könnt ihr herunterladen und auch installieren. Und da nun ein Hinweis. Solltet ihr bereits einen Treiber installiert haben. Beziehungsweise solltet ihr zum Beispiel bei NVIDIA GeForce Experience installiert haben. Geht das sogar noch einfacher. Und die Treiber-Installation direkt von der Website wird dann auch nicht klappen. Denn GeForce Experience wird dort nun reinkommen. Und möchte das Ganze für euch installieren. Also zeige ich euch das Ganze auch nochmal, damit ihr wisst, wie ihr dort durchgehen müsst. Habt ihr GeForce Experience installiert? Dann geht ihr einfach nur in das Programm rein. Und dort findet ihr den Reiter Treiber. Und bei Treiber habt ihr die Möglichkeit, nach Updates zu suchen. Wenn ihr das macht, dann werden euch neue Updates angezeigt. Und sollte das der Fall sein, dann steht hier oben rechts ein grüner Button. Und dann könnt ihr darüber direkt die Installation des neuen NVIDIA Grafikkartentreibers starten. Das Ganze ist so einfach geschickt, dass ihr einfach nur draufklickt. Einmal das Ganze bejaht. Durchklickt. Weiter, weiter, weiter. Und zack, wird das auch schon installiert. Und nach der Installation solltet ihr natürlich auch den PC wieder neu starten. Und habt dann den aktuellsten Grafikkartentreiber für euer System installiert.